Musik Hesekiel 36, Vers 26 Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In diesem Vers schwingt für mich jede Menge Energie mit. Er ermutigt mich nicht nur vertraute und gewohnte Wege zu gehen, sondern einfach mal etwas Neues mit Freude, Schwung, Zuversicht und Hoffnung zu wagen. Vielleicht, wenn ihr euch den Spruch in Ruhe nochmal anhört, kommt ihr auf dasselbe Ergebnis wie ich. Und ich würde mich total freuen, wenn mir da mal jemand eine Rückantwort gibt, wie er darüber denkt. Danke! Musik